Ungefähr 47 Millionen Autos fahren auf Deutschlands Straßen. Fast alle produzieren CO2 und tragen so zum Klimawandel bei. Mit unserem heutigen Gast spreche ich über Möglichkeiten, die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr zu reduzieren. Dazu begrüße ich Frau Prof. Dr. Annika Rausch vom Zentrum für Verkehr in Frankfurt. Herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, was können wir machen? Es gibt einiges, was wir verändern können und meiner Meinung nach auch dringend verändern sollten. Ich denke, wenn wir weniger Autos auf den Straßen möchten, dann müssen alternative Verkehrsmittel attraktiver werden. Denn warum sollte jemand vom Auto auf den Bus oder die U-Bahn umsteigen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel teurer als das Auto sind und vielleicht auch nicht so oft fahren? Und welche Ideen haben Sie, wie man den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen könnte? Ich bin der Meinung, dass die öffentlichen Verkehrsmittel gratis sein sollten. In Deutschland ist das leider bisher nur in ein paar wenigen Kleinstädten der Fall. Dass das Modell aber auch in größeren Städten gut funktionieren kann, sieht man an Estlands Hauptstadt Tallinn, wo die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt kostenlos mit Bus und Bahn fahren können. Wenn nicht kostenlos, dann sollte der öffentliche Verkehr zumindest sehr günstig sein. In der österreichischen Hauptstadt Wien kostet ein Jahresabo für Bus und Bahn 365 Euro, also nur einen Euro pro Tag. Dieses Konzept wird sehr gut angenommen. Circa die Hälfte aller Wienerinnen und Wiener besitzt ein Jahresticket. So weit sind wir in Deutschland leider noch nicht. Gibt es noch andere Bereiche, in denen Sie Änderungen fordern? Elektroautos müssen mehr und besser gefördert werden. So wie in Norwegen. Dort waren im letzten Jahr 30 Prozent der neu gekauften Autos Elektroautos. Warum ist das so? In Norwegen ist die finanzielle Förderung beim Kauf eines Elektroautos viel höher. Und die Steuern für konventionelle Autos, die mit Benzin fahren, sind sehr hoch. Das Elektroauto ist dagegen steuerfrei. Das macht es sehr viel attraktiver. In vielen deutschen Städten braucht man ja auch gar kein eigenes Auto, sondern kann sich mal kurz eins leihen bzw. mieten. Was halten Sie von Carsharing-Systemen? Das ist doch auch gut für die Umwelt. Sie haben absolut recht. Viele Menschen brauchen kein eigenes Auto. Aber auch im Carsharing-Bereich gibt es noch viel zu tun. Zum Beispiel gibt es noch zu wenig Angebote außerhalb der großen Städte und auf dem Land. Aber gerade in diesen Gegenden sind die Menschen oft auf das Auto als Transportmittel angewiesen. Und das Carsharing ist insgesamt immer noch zu teuer. Warum? Weil ein Carsharing-Unternehmen pro Monat etwa 85 Euro bezahlt, um ein Auto in der Stadt zu parken. Für das private Auto ist der Parkplatz meist sogar kostenlos. Das müsste umgekehrt sein. Das eigene Auto muss sehr teuer werden. Carsharing sollte praktisch fast nichts mehr kosten. Warum dann nicht gleich Fahrrad fahren? Das ist im Grunde kostenlos und man muss sich keine Sorgen um den Parkplatz machen. Was müsste Ihrer Meinung nach getan werden, damit mehr Leute aufs Rad umsteigen? Das Wichtigste ist, endlich mehr Fahrradwege zu bauen. Wir brauchen Fahrradschnellwege statt neuer Autobahn. Und wir brauchen gut ausgebaute Fahrradwege, die nicht plötzlich aufhören oder zu schmal sind. Radfahren ist insgesamt noch viel zu gefährlich. Gerade in den Großstädten. Ja, diese Erfahrung mache ich leider auch oft, wenn ich mit dem Fahrrad ins Studio fahre. Frau Rausch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die einzige Möglichkeit, die Alternativen zum Auto zu verbessern? Naja, wenn all diese Versuche nicht funktionieren, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Autofahren selbst weniger attraktiv zu gestalten. Zum Beispiel durch Tempolimits. Tempo 30 in kleinen Orten und 120 Stundenkilometer auf den Autobahnen. Viele Autofahrer lieben ja die hohen Geschwindigkeiten von mehr als 150 oder 200 Stundenkilometern auf den deutschen Autobahnen. Es ist also denkbar, dass manchen Leuten das Autofahren dann einfach auch weniger Spaß machen würde. Und sowieso ist es besser für die Umwelt. Oder wenn es gar nicht anders geht, dann vielleicht auch Autoverbote in den Innenstädten oder am Wochenende. Es gibt schon heute so viele Ideen. Wir müssen nur endlich anfangen, sie umzusetzen. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Rausch, für all diese Vorschläge. Falls Sie uns auch Ihre Meinung zu diesem Thema mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Morgen begrüßen wir Herrn Dr. Rias. Er erzählt uns, wie man... Herzlich willkommen! Ich freue mich, in so viele neugierige Gesichter zu schauen. In meinem Vortrag geht es um Umweltschutz und Konsumverhalten. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Einzelne zum langfristigen Erhalt unseres Planeten beitragen kann. Mein Vortrag besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werde ich Ihnen präsentieren, welche Faktoren unser Denken und Handeln bestimmen und was uns manchmal im Weg steht, etwas wirklich zu verändern. Anschliessend möchte ich Ihnen mit Hilfe von einigen Zahlen und Grafiken zeigen, welchen Einfluss Sie als einzelne Person auf den Umweltschutz haben können. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein paar Tipps, was Sie tun können, um unsere einzigartige und wertvolle Umwelt besser zu schützen. Zum Beispiel, was Sie als erstes abschalten können, um Energie zu sparen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir viel Wichtiges gelernt haben, das wir mit in die Zukunft nehmen können. Sowohl von den positiven als auch den negativen Erfahrungen aus den ersten Monaten, die uns als Familie wieder enger verbunden haben. Und auch aus den letzten Monaten, als wir immer mehr das Gefühl hatten, den Anschluss an die Welt außerhalb unserer Familie zu verlieren. Die Internetverbindung ermöglicht es uns, Freundschaften und Kontakte zu pflegen. Das Internet einfach abschalten zu können, ist auf Dauer nicht möglich. Dafür ist unser heutiges Leben zu eng mit dem Internet verbunden. Aber probieren Sie das Experiment doch selbst mal einen Monat oder wenigstens eine Woche lang aus. Sie werden viel lernen. Ein Jahr ist dafür nicht nötig. Oder lesen Sie einfach unser Buch. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen... Deshalb warten wir Menschen einfach ab. Auch wenn wir schon lange intuitiv wissen, dass etwas Neues passieren sollte, weil uns das Alte nicht mehr glücklich macht. Besonders hervorheben möchte ich, dass es leider oft Monate oder Jahre dauert, bis wir verstehen, dass es manchmal unser Beruf ist, der uns unzufrieden macht. Aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens ändern wir zu selten etwas. Die meisten von Ihnen kennen sicher die folgenden Beispiele. Wir wechseln unsere Bank nicht, obwohl wir wissen, dass die Kontogebühren bei einer anderen Bank viel niedriger sind. Wir gehen seit Jahren zum selben Zahnarzt, obwohl wir das Gefühl haben, dass er seine Arbeit nicht optimal macht. Wir gehen immer in unser Lieblingsrestaurant, weil wir zu bequem sind, ein anderes auszuprobieren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben auf Radio 60,6 zu unserem Gesundheitsmagazin. Heute geht es wieder einmal um das Thema Stress am Arbeitsplatz. Fast jeder zweite Arbeitnehmer klagt heute über die steigenden Anforderungen bei der Arbeit. Wir alle wissen, Stress macht krank. Darüber möchte ich mit Frau Krenz, freiberuflich tätig als Stressberaterin, und Herrn Moosbach, Arbeitnehmer bei der HOMA KG und dort auch Betriebsratsmitglied reden. Frau Krenz, zuerst einmal, was machen Sie als Stressberaterin? Nun, ich bin Sozialarbeiterin und habe mich auf das Gebiet der Stressbewältigung spezialisiert. Heute arbeite ich in verschiedenen Firmen und führe dort Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich gestresst fühlen. Damit die Mitarbeiter durch Stress nicht krank werden, versuche ich Tipps zu geben, wie man Stress reduzieren oder vielleicht ganz ohne Stress leben kann. Herr Moosbach, wie ist das bei Ihnen im Betrieb? Auch bei uns ist Stress am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Aber es hat sich viel geändert. Inzwischen hat auch die Geschäftsleitung erkannt, dass zu viel Stress zu immer mehr Krankheitstagen führt und dass das ganze Unternehmen darunter leidet, wenn man nichts dagegen unternimmt. Ach, wirklich? Meiner Erfahrung nach wird das Problem, dass Mitarbeiter über längere Zeit zu viel Stress bei der Arbeit haben, in Betrieben immer noch nicht wirklich ernst genommen. Das kann sein. Aber wir haben in unserem Unternehmen schon viel dafür getan. Wir konnten die Geschäftsführung davon überzeugen, dass es wichtig ist, dass regelmäßig mit den Mitarbeitern gesprochen wird. Auf unsere Initiative werden inzwischen von der Geschäftsführung Mitarbeitergespräche abgehalten, um festzustellen, in welchen Abteilungen die Belastung für die Mitarbeiter zu hoch ist. Und wir versuchen natürlich, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wie können Lösungsmöglichkeiten konkret aussehen? Die allgemeinen Ratschläge zum Stressabbau, wie sich als Ausgleich für Stress in der Freizeit bewegen, Sport machen, Entspannungsübungen und so weiter, sind ja heute bei allen schon bekannt, oder? Richtig. Aber Ratschläge bleiben folgenlos, wenn man nichts damit macht. Und um sie zu befolgen, muss man klare Angebote machen. Dort, wo der Stress entsteht, also im Unternehmen. Wir haben dafür gekämpft, dass es bei uns neben den Gesprächen, von denen ich gerade berichtet habe, verschiedene betriebliche Angebote gibt. Durch Zusammenarbeit mit der Krankenkasse haben wir jetzt Angebote für Bewegungsseminare, Entspannungs- und Fitnesskurse. Die Gewerkschaften fordern ja immer wieder ein Anti-Stress-Gesetz. Wäre das eine Lösung? Die Experten sind sich in diesem Punkt überhaupt noch nicht einig. Die Frage ist natürlich, welche Regelungen dann letztendlich verpflichtend sind und welche nur eine Empfehlung. Und wer würde kontrollieren, ob die Regelungen überhaupt eingehalten werden? Ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn die bestehenden Vorschriften zum Arbeitsschutz konsequent eingehalten werden. Aber wenn regelmäßige Mitarbeitergespräche zum Beispiel Pflicht wären, wie wäre das? Naja, aus meiner Praxis kann ich nur sagen, dass ich es als Aufgabe der einzelnen Betriebsräte sehe, sowas durchzusetzen. Gesetzlich vorgeschriebene Regelungen können natürlich helfen, aber es ist in erster Linie Aufgabe der Unternehmen, sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Liebe Studiogäste, wir müssen leider zum Ende kommen. In einer weiteren Gesprächsrunde können wir ja diesen Punkt noch etwas vertiefen und Befürworter und Gegner eines Anti-Stress-Gesetzes ins Studio einladen. Frau Krenz, Herr Moosbach, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Magazin Besserwissen. Heute begrüße ich im Studio Klara Schönebeck, Psychologin an der Universität Dresden und Autorin des Bestsellers Lernen, Erinnern, Vergessen auf den Spuren des Gedächtnisses. Hallo Frau Schönebeck, schön, dass Sie da sind. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Frau Schönebeck, wir alle verwenden völlig selbstverständlich den Begriff Gedächtnis. Können Sie kurz für uns zusammenfassen, was genau das Gedächtnis eigentlich ist? Nun, wichtig ist zunächst, das Gedächtnis ist kein bestimmter Teil des Gehirns, sondern eine Fähigkeit. Die Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern. Daran sind etliche Nervenzellen und unterschiedliche Regionen des Gehirns beteiligt. Zusätzlich kann man natürlich zwischen verschiedenen Gedächtnisarten unterscheiden. Sie meinen das Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis? Ja, genau. Viele denken bei dem Wort Gedächtnis vor allem an das Langzeitgedächtnis, also unsere Erinnerung. Aber auch das Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis haben wichtige Funktionen im Alltag. Das Kurzzeitgedächtnis ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir unseren Gesprächspartnern folgen können. Damit wir uns auch bei längeren Sätzen daran erinnern können, wie der Satzanfang war. Was unser Gesprächspartner also eigentlich sagen wollte. Aber der Speicher des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt, richtig? Genau. Deshalb können wir uns auch unmöglich einen kompletten Vortrag merken, wenn wir ihn nur hören. Wir müssen uns Notizen machen, um die Details zu behalten. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass das Arbeitsgedächtnis zwischen vier und sieben Einzelinformationen speichern kann. Das heißt, die meisten von uns können sich über eine kurze Zeit eine Telefonnummer merken. Kommt eine zweite Nummer hinzu, wird es schon zu viel. Und wie gelingt es dann, dass wir Informationen im Langzeitgedächtnis behalten? Ein wichtiger Punkt ist Wiederholung. Beim Wiederholen wird der Kontakt zwischen den Nervenzellen verstärkt. Und je stärker der Kontakt, desto schneller kann eine Information beim nächsten Mal abgerufen, also erinnert werden. Ein Beispiel. Früher konnten viele Menschen mehrere Telefonnummern auswendig. Einfach deshalb, weil sie diese Telefonnummern regelmäßig in ihr Telefon eingetippt haben. Heute haben die meisten diese Fähigkeit verloren, da Telefonnummern meist nicht mehr per Hand einzeln eingetippt, sondern über das Adressbuch im Smartphone ausgewählt werden. Das heißt, man merkt sich nur, was für einen selbst auch relevant und wichtig ist? Wie geht das Gedächtnis dann zum Beispiel mit Lerninhalten für Prüfungen um? Für Studierende ist es natürlich wichtig, eine Prüfung zu bestehen. Aber die Inhalte der Prüfung sind vielleicht nicht immer von großer persönlicher Bedeutung. Das ist richtig. Zum Glück gibt es aber weitere Faktoren, die das Lernen und Erinnern positiv beeinflussen. Zum Beispiel hilft es, wenn man die Lerninhalte über mehrere verschiedene Sinnesorgane aufnimmt. Wenn wir eine Information nicht nur lesen, sondern zusätzlich auch hören, können wir sie uns besser merken. Noch besser ist es, wenn man auch aktiv etwas mit dieser Information tut. Zum Beispiel sie laut zu sagen oder aufzuschreiben. Das ist das, was ich versucht habe mit dem Beispiel der Telefonnummer zu erklären. Wenn man die Telefonnummer aktiv tippt, merkt man sie sich besser, als wenn man sie nur auswählt. Haben Sie noch einen letzten Tipp für unser Publikum, wie wir unser Gedächtnis aktivieren und das Lernen fördern können? Ganz wichtig sind regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf. Denn das Gehirn wird müde und schaltet sich irgendwann ab, wenn es immer dasselbe lernen soll. Es ist nicht mehr offen für neue Informationen. Wenn wir schlafen, sind die äußeren Reize für das Gehirn ausgeschaltet. So hat das Gehirn die Möglichkeit, neue Informationen zu verarbeiten. Das passiert zum Teil auch in unseren Träumen. Und die Informationen einzusortieren. Lernen im Schlaf sozusagen. Vielen Dank, Frau Schönebeck, für das interessante Gespräch. Sehr gern. Ich danke Ihnen. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete der Nationalsozialismus in Deutschland. Das Land wurde in vier Besatzungszonen geteilt. 1961 ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer bauen. Die Mauer stand fast 30 Jahre. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wieder vereinigt. An diesem Datum feiert man den deutschen Nationalfeiertag. Mit dem Zweiten Weltkrieg begann der Nationalsozialismus in Deutschland. Stimmt. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete der Nationalsozialismus in Deutschland. Das Land wurde in zwei Besatzungszonen geteilt. Stimmt. Das Land wurde in vier Besatzungszonen geteilt. 1989 ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer bauen. Stimmt. 1961 ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer bauen. Die Mauer stand fast 20 Jahre. Stimmt. Die Mauer stand fast 30 Jahre. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland geteilt. Stimmt. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wieder vereinigt. An diesem Datum feiert man den österreichischen Nationalfeiertag. An diesem Datum feiert man den deutschen Nationalfeiertag. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland ein wichtiges Jubiläum. 30 Jahre Mauerfall. Inzwischen ist es für viele Menschen, vor allem für die jüngere Generation, völlig normal, im Vereinigten Deutschland zu leben. Die Zeit der Mauer und des geteilten Deutschlands ist inzwischen Geschichte. Wir sprechen heute mit Menschen, die 1961 den Mauerbau selbst erlebt haben. Unser erster Gast ist Beate Langwitz aus Berlin. Frau Langwitz, Sie waren damals 24 Jahre alt und lebten in Ostberlin. Wie haben Sie den Mauerbau erlebt? Wir wohnten damals zu dritt, mein Mann und ich mit unserer kleinen Tochter, direkt an einem kleinen Kanal, der zwischen Ost- und Westberlin verlief. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und eigentlich war alles in Ordnung. Aber wir hatten schon gehört, dass immer mehr Menschen in den Westen geflohen sind und uns gefragt, was passieren würde. Es war klar, dass die DDR-Regierung ja irgendwie reagieren muss. Aber wir hatten natürlich keine Ahnung, dass man eine Mauer durch die Stadt bauen würde. Vor allem hatte Walter Ulbricht, der damals der Staats- und Parteichef der DDR war, noch im Juni 1961 auf einer Pressekonferenz gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dieses Zitat ist sehr berühmt geworden. Vor allem, weil zwei Monate später jeder wusste, dass er gelogen hatte. Können Sie sich noch an den Tag des Mauerbaus, den 13. August 1961, erinnern? Ja, sehr gut sogar. Ich bin morgens auf unseren Balkon gegangen. Von dort habe ich überall Soldaten und Polizisten gesehen. Die kamen plötzlich alle über Nacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie erschrocken ich damals war. Ich habe sofort das Radio angemacht und da habe ich dann die schreckliche Nachricht von der Schließung der Grenze gehört. Was haben Sie dann weiter beobachtet? Nur kurze Zeit später sah ich sehr viele Leute am Kanal. Auf beiden Seiten, also im Osten und im Westen. In Ost-Berlin sind einige ins Wasser gesprungen und auf die andere Seite geschwommen. Dort wurden sie empfangen. Auch die Feuerwehr hat ihnen geholfen. Am Vormittag habe ich auch meinen Vater auf der anderen Seite des Flusses gesehen. Er lebte ja in West-Berlin. Wir konnten uns nur über den Fluss hinweg unterhalten. Wir mussten laut schreien. Durch Rufen und Zeichensprache haben wir uns an einem Ort in der Nähe verabredet. Da haben wir uns ein paar Minuten später getroffen. Was ist dort passiert? Es gab ja noch keine echte Mauer, nur eine kleine Blockade. So konnten wir uns sehen und miteinander sprechen. Es waren sehr viele Menschen dort, die sich mit Freunden und ihrer Familie trafen. Ein echtes Durcheinander. Ich hätte eigentlich in den Westen laufen können. Die Polizisten hätten es wahrscheinlich nicht gesehen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Nun, ich wusste damals doch gar nicht, was der Mauerbau bedeutet. Wie oft haben Sie Ihren Vater danach gesehen? Sehr, sehr selten. Es gab nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal die Möglichkeit für West-Berliner zu uns in den Osten zu reisen. Da konnte mein Vater uns besuchen. Leider gab es diese Möglichkeiten sehr selten und so konnten wir uns nur alle paar Jahre sehen. Und für uns Ost-Berliner war es ja unmöglich, in den Westen zu reisen. Das war sehr traurig. Welche Konsequenzen hatte der Mauerbau noch für Sie? Dass unsere Familie getrennt wurde und wir auch viele Freunde nicht mehr sehen konnten, war natürlich das Schlimmste. Aber mein Mann hat auch seinen Arbeitsplatz verloren. Er musste sich eine neue Arbeit suchen, denn sein Arbeitsplatz war vorher in West-Berlin. Das war eine harte Zeit. Dazu kam, dass ein paar von unseren Fenstern zugemauert wurden, sodass wir nicht mehr hinausschauen konnten. Unseren Balkon durften wir auch nicht mehr benutzen. Warum nicht? Weil Ihre Wohnung im Grenzgebiet lag? Ja. Diese Fenster und der Balkon lagen in Richtung der Mauer und der Grenze. Viele Fenster entlang der Mauer wurden zugemacht. Ich habe mich gar nicht mehr freigefühlt. Wir sind dann nach einigen Jahren auch umgezogen. Es war einfach zu schlimm, jeden Tag in der eigenen Wohnung daran erinnert zu werden, dass Deutschland endgültig geteilt war. Wir fühlten uns eingesperrt, wie in einem Gefängnis. Ich bin sehr glücklich, dass diese Zeiten schon lange vorbei ist. Das glaube ich Ihnen gerne, Frau Langwitz. Vielen Dank für Ihre Geschichte. Jetzt möchten wir noch einen Gast zu Wort kommen lassen, der den Mauerbau von der anderen Seite aus West-Berlin erlebt hat. Ich begrüße Herbert Lichtenberg. Herr Lichtenberg, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind und Ihre Geschichte mit uns... Liebe Hörerinnen und Hörer, für die, die gerade dazugeschaltet haben, das Thema unserer Sendung ist Zeitreisen. Das hätte ich gern erlebt. Dazu passend hörten wir gerade den Titel Was kann ich dafür, dass ich aus den 80ern bin, der Band Emma 6. Wir möchten gern von Ihnen wissen, haben Sie auch das Gefühl, etwas verpasst zu haben? In welche Zeit würden Sie gern mal reisen und warum? Oder vermissen Sie gar nichts und leben einfach glücklich in diesem Moment? Unsere erste Anruferin ist Marion. Marion, würden Sie gern in einer anderen Zeit leben oder sind Sie zufrieden? Hallo. Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden im Hier und Jetzt. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, irgendwas zu verpassen und ständig in die Zukunft oder in die Vergangenheit blicken. Ich finde es aber wichtiger, in der Gegenwart zu leben. Denn das ist die einzige Zeit, die wir wirklich aktiv verändern oder beeinflussen können. Das stimmt. Aber gibt es trotzdem keine Epoche, die Sie gern miterlebt hätten? Also, ich glaube, die 20er Jahre in Berlin waren sehr spannend. Dann hätte ich jeden Abend meine Lieblingsmusik Swing hören können und dazu tanzen können. Außerdem hätte ich mich vielleicht mal mit Coco Chanel unterhalten können. Coco Chanel? Warum hätten Sie Sie gern getroffen? Ich denke, dass sie eine sehr interessante und intelligente Person war. Und sie hat mit ihren klugen und schönen Ideen nicht nur die Mode, sondern auch das Bild der Frauen in ihrer Zeit entscheidend beeinflusst. Ihre Mode war ja vor allem für moderne und selbstbewusste Frauen. Außerdem war sie eine der ersten erfolgreichen Unternehmerinnen. In ihrer Zeit war das keine Selbstverständlichkeit. Das stimmt. Allerdings hat Coco Chanel später ja auch als Agentin für die Nazis gearbeitet. Sie war also als Person auch umstritten. Ja, absolut. Aber aus historischem Interesse wäre es natürlich gerade interessant, sich mit so jemandem zu unterhalten. Danke, Marion. Jetzt haben wir noch Fares in der Leitung. Fares, sehen Sie das so wie Marion oder würden Sie gern in einer anderen Epoche leben? Hi. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich fände es großartig, wenn ich durch die Zeit reisen könnte. Ich glaube, wenn wir uns öfter mit der Vergangenheit beschäftigen würden, könnten wir für die Gegenwart und die Zukunft mehr lernen. Außerdem liebe ich es, die Perspektive zu wechseln. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb für ein Schauspielstudium entschieden. Denn als Schauspieler kann ich verschiedene Rollen einnehmen und in andere Jahrzehnte oder Jahrhunderte reisen und auf diese Weise das Leben zu einem anderen Zeitpunkt kennenlernen. Sie meinen, durch Ihren Beruf erleben Sie mehr? Ja, klar. Als Schauspieler habe ich die Möglichkeit, wichtige Ereignisse der Geschichte nachzuerleben. Mit der Realität hat das aber nicht viel zu tun. Verraten Sie uns noch, in welcher Zeit Sie gerne reisen würden? Also mir geht's da wie dem Sänger der Band. Ich finde die 80er Jahre ziemlich spannend. Wenn ich in den 80ern gelebt hätte, hätte ich vielleicht in den Star Trek Serien mitspielen können. Die waren damals ja sehr in Mode. Und natürlich hätte ich gern den Mauerfall 1989 miterlebt. Ich wäre auf jeden Fall nach Berlin gefahren, um alles mit eigenen Augen zu sehen. Danke, Faris. Wir haben noch Zeit für einen Anrufer. Wer ist jetzt in der Leitung? Guten Tag. Hier ist Anna Dremakis. Hallo, Anna. Was möchten Sie zu unserem Thema sagen? Also, der Sänger des Liedes bedauert ja, etwas verpasst zu haben. Ich sehe das nicht so negativ. Ich glaube, etwas zu verpassen, das ist immer auch Teil des Lebens. Zeitreisen sind ja, zumindest im Moment, noch nicht möglich. Und wenn Sie vielleicht irgendwann doch durch die Zeit reisen könnten, in welche Zeit würden Sie gern reisen? Wenn ich wählen könnte, dann würde ich vielleicht ins 15. Jahrhundert reisen. Ich hätte gern mal Leonardo da Vinci getroffen. Er war vermutlich ganz anders als ich. Er hat immer etwas Neues angefangen, fast nie etwas zu Ende gebracht. Aber trotzdem war er sehr erfolgreich in vielen unterschiedlichen Bereichen. Kunst, Wissenschaft, Technik und so weiter. Dann hätte ich vielleicht auch bei den ersten Flugversuchen dabei sein können, die es im 15. Jahrhundert gab. Heute ist es ja normal, dass man fliegt. Aber damals war es noch eine große Vision. Es ist doch spannend zu sehen, wie sich die Welt verändert und wie Träume wahr werden. Das ist ein sehr optimistisches Schlusswort. Danke, Anna. Und wir hören jetzt weiter, passend zum Thema. Das Lied The Time Comes Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Vortrag Prüfungsängste überwinden Mein Name ist Georg Lohmann von der Universität Köln. Zuerst einmal, was sind Prüfungen? Es sind Ausnahmesituationen. Die meisten von uns sind vor und auch während einer Prüfung nervös. Das kann durchaus sinnvoll sein. Durch diese Anspannung wird man oft konzentrierter und aufmerksamer. In dem Augenblick, in dem die Nervosität allerdings zur Angst wird, kann sie zu Blockaden führen. Um sich zielgerichtet auf eine Prüfung vorzubereiten, sollten Sie erst einmal schauen, was in der Prüfung von Ihnen verlangt wird. Arbeiten Sie Prüfungsmodelle durch, machen Sie sich Notizen, was wird verlangt und vor allen Dingen, was wird nicht von Ihnen verlangt. Was können Sie gut, womit haben Sie Schwierigkeiten? Und mit welcher Methode lernen Sie am besten? Auswendig lernen kann in bestimmten Situationen helfen, sich abfragbares Wissen anzueignen. Diese Methode kann Stress minimieren. Sie ersetzt aber nicht das Erkennen von Zusammenhängen. Sinnvoll ist es, einen Arbeitsplan zu erstellen. Üben Sie die Prüfungsteile, mit denen Sie große Probleme haben, mehrmals. Zu einem Arbeitsplan gehört auch ein Zeitplan. Wie Sie Ihre Arbeitsphasen auch einteilen, machen Sie immer wieder Pausen. Nach 90 Minuten eine kleine Pause und nach längeren Lernphasen eine längere Pause. Natürlich ist die Konzentration bei jedem anders. Allgemein kann man aber sagen, dass es zu nichts führt, den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr zu lernen. Irgendwann kann der Kopf nichts mehr aufnehmen. Vergessen Sie nicht, während der Arbeitsphasen Ruhe- und Entspannungsphasen einzuplanen. In den längeren Pausen sollten Sie etwas ganz anderes machen. Freunde treffen, Sport, Fernsehen. Etwas, was Ihnen Spaß macht. Sind Sie morgens aktiv, wird der Zeitplan anders aussehen, als wenn Sie lieber nachmittags und abends arbeiten. Sie selbst wissen am besten, zu welcher Tageszeit Sie gut lernen und sich konzentrieren können. Die äußeren Gegebenheiten müssen stimmen. Wenn Sie das Gefühl haben, zu Hause zu sehr abgelenkt zu werden, suchen Sie sich einen anderen Ort, zum Beispiel die Bibliothek. Oft ist es nicht einfach, Ablenkungen als solche zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Um konzentriert zu arbeiten, brauchen Sie auf jeden Fall Ruhe. Das heißt auch, alle Einflüsse von außen zu minimieren. Und das bedeutet auch, das Smartphone auszuschalten und nicht erreichbar zu sein. Wenn Sie trotz guter Vorbereitung immer noch ein schlechtes Gefühl haben, können Atem- und Entspannungsübungen helfen. Leichte Übungen, durch die Sie eine innere Ruhe finden. Aber auch die Einstellung ist wichtig. Was soll denn schon passieren? Gibt es wirklich einen Grund, Angst zu haben? Wichtig ist, die Nacht vor der Prüfung gut zu schlafen und danach ausgeruht zu sein. Also am Abend vor der Prüfung nichts mehr lernen, sondern etwas ganz anderes machen. Etwas Schönes. Etwas, was Spaß macht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ungefähr 47 Millionen Autos fahren auf Deutschlands Straßen. Fast alle produzieren CO2 und tragen so zum Klimawandel bei. Mit unserem heutigen Gast spreche ich über Möglichkeiten, die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr zu reduzieren. Dazu begrüße ich Frau Prof. Dr. Annika Rausch vom Zentrum für Verkehr in Frankfurt. Herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, was können wir machen? Es gibt einiges, was wir verändern können und meiner Meinung nach auch dringend verändern sollten. Ich denke, wenn wir weniger Autos auf den Straßen möchten, dann müssen alternative Verkehrsmittel attraktiver werden. Denn warum sollte jemand vom Auto auf den Bus oder die U-Bahn umsteigen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel teurer als das Auto sind und vielleicht auch nicht so oft fahren? Und welche Ideen haben Sie, wie man den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen könnte? Ich bin der Meinung, dass die öffentlichen Verkehrsmittel gratis sein sollten. In Deutschland ist das leider bisher nur in ein paar wenigen Kleinstädten der Fall. Dass das Modell aber auch in größeren Städten gut funktionieren kann, sieht man an Estlands Hauptstadt Tallinn, wo die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt kostenlos mit Bus und Bahn fahren können. Wenn nicht kostenlos, dann sollte der öffentliche Verkehr zumindest sehr günstig sein. In der österreichischen Hauptstadt Wien kostet ein Jahresabo für Bus und Bahn 365 Euro, also nur einen Euro pro Tag. Dieses Konzept wird sehr gut angenommen. Circa die Hälfte aller Wienerinnen und Wiener besitzt ein Jahresticket. So weit sind wir in Deutschland leider noch nicht. Gibt es noch andere Bereiche, in denen Sie Änderungen fordern? Elektroautos müssen mehr und besser gefördert werden. So wie in Norwegen. Dort waren im letzten Jahr 30 Prozent der neu gekauften Autos Elektroautos. Warum ist das so? In Norwegen ist die finanzielle Förderung beim Kauf eines Elektroautos viel höher. Und die Steuern für konventionelle Autos, die mit Benzin fahren, sind sehr hoch. Das Elektroauto ist dagegen steuerfrei. Das macht es sehr viel attraktiver. In vielen deutschen Städten braucht man ja auch gar kein eigenes Auto, sondern kann sich mal kurz eins leihen bzw. mieten. Was halten Sie von Carsharing-Systemen? Das ist doch auch gut für die Umwelt. Sie haben absolut recht. Viele Menschen brauchen kein eigenes Auto. Aber auch im Carsharing-Bereich gibt es noch viel zu tun. Zum Beispiel gibt es noch zu wenig Angebote außerhalb der großen Städte und auf dem Land. Aber gerade in diesen Gegenden sind die Menschen oft auf das Auto als Transportmittel angewiesen. Und das Carsharing ist insgesamt immer noch zu teuer. Warum? Weil ein Carsharing-Unternehmen pro Monat etwa 85 Euro bezahlt, um ein Auto in der Stadt zu parken. Für das private Auto ist der Parkplatz meist sogar kostenlos. Das müsste umgekehrt sein. Das eigene Auto muss sehr teuer werden. Carsharing sollte praktisch fast nichts mehr kosten. Warum dann nicht gleich Fahrrad fahren? Das ist im Grunde kostenlos und man muss sich keine Sorgen um den Parkplatz machen. Was müsste Ihrer Meinung nach getan werden, damit mehr Leute aufs Rad umsteigen? Das Wichtigste ist, endlich mehr Fahrradwege zu bauen. Wir brauchen Fahrradschnellwege statt neuer Autobahn. Und wir brauchen gut ausgebaute Fahrradwege, die nicht plötzlich aufhören oder zu schmal sind. Radfahren ist insgesamt noch viel zu gefährlich. Gerade in den Großstädten. Ja, diese Erfahrung mache ich leider auch oft, wenn ich mit dem Fahrrad ins Studio fahre. Frau Rausch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die einzige Möglichkeit, die Alternativen zum Auto zu verbessern? Naja, wenn all diese Versuche nicht funktionieren, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Autofahren selbst weniger attraktiv zu gestalten. Zum Beispiel durch Tempolimits. Tempo 30 in kleinen Orten und 120 Stundenkilometer auf den Autobahnen. Viele Autofahrer lieben ja die hohen Geschwindigkeiten von mehr als 150 oder 200 Stundenkilometern auf den deutschen Autobahnen. Es ist also denkbar, dass manchen Leuten das Autofahren dann einfach auch weniger Spaß machen würde. Und sowieso ist es besser für die Umwelt. Oder wenn es gar nicht anders geht, dann vielleicht auch Autoverbote in den Innenstädten oder am Wochenende. Es gibt schon heute so viele Ideen. Wir müssen nur endlich anfangen, sie umzusetzen. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Rausch, für all diese Vorschläge. Falls Sie uns auch Ihre Meinung zu diesem Thema mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Morgen begrüssen wir Herrn Dr. Rias. Er erzählt uns, wie man... Herzlich willkommen! Ich freue mich, in so viele neugierige Gesichter zu schauen. In meinem Vortrag geht es um Umweltschutz und Konsumverhalten. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Einzelne zum langfristigen Erhalt unseres Planeten beitragen kann. Mein Vortrag besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werde ich Ihnen präsentieren, welche Faktoren unser Denken und Handeln bestimmen. Und was uns manchmal im Weg steht, etwas wirklich zu verändern. Anschliessend möchte ich Ihnen mit Hilfe von einigen Zahlen und Grafiken zeigen, welchen Einfluss Sie als einzelne Person auf den Umweltschutz haben können. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein paar Tipps, was Sie tun können, um unsere einzigartige und wertvolle Umwelt besser zu schützen. Zum Beispiel, was Sie als erstes abschalten können, um Energie zu sparen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir viel Wichtiges gelernt haben, das wir mit in die Zukunft nehmen können. Sowohl von den positiven als auch den negativen Erfahrungen aus den ersten Monaten, die uns als Familie wieder enger verbunden haben. Und auch aus den letzten Monaten, als wir immer mehr das Gefühl hatten, den Anschluss an die Welt außerhalb unserer Familie zu verlieren. Die Internetverbindung ermöglicht es uns, Freundschaften und Kontakte zu pflegen. Das Internet einfach abschalten zu können, ist auf Dauer nicht möglich. Dafür ist unser heutiges Leben zu eng mit dem Internet verbunden. Aber probieren Sie das Experiment doch selbst mal einen Monat oder wenigstens eine Woche lang aus. Sie werden viel lernen. Ein Jahr ist dafür nicht nötig. Oder lesen Sie einfach unser Buch. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen... Deshalb warten wir Menschen einfach ab. Auch wenn wir schon lange intuitiv wissen, dass etwas Neues passieren sollte, weil uns das Alte nicht mehr glücklich macht. Besonders hervorheben möchte ich, dass es leider oft Monate oder Jahre dauert, bis wir verstehen, dass es manchmal unser Beruf ist, der uns unzufrieden macht. Aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens ändern wir zu selten etwas. Die meisten von Ihnen kennen sicher die folgenden Beispiele. Wir wechseln unsere Bank nicht, obwohl wir wissen, dass die Kontogebühren bei einer anderen Bank viel niedriger sind. Wir gehen seit Jahren zum selben Zahnarzt, obwohl wir das Gefühl haben, dass er seine Arbeit nicht optimal macht. Wir gehen immer in unser Lieblingsrestaurant, weil wir zu bequem sind, ein anderes auszuprobieren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben auf Radio 60,6 zu unserem Gesundheitsmagazin. Heute geht es wieder einmal um das Thema Stress am Arbeitsplatz. Fast jeder zweite Arbeitnehmer klagt heute über die steigenden Anforderungen bei der Arbeit. Wir alle wissen, Stress macht krank. Darüber möchte ich mit Frau Krenz, freiberuflich tätig als Stressberaterin, und Herrn Moosbach, Arbeitnehmer bei der HOMA KG und dort auch Betriebsratsmitglied reden. Frau Krenz, zuerst einmal, was machen Sie als Stressberaterin? Nun, ich bin Sozialarbeiterin und habe mich auf das Gebiet der Stressbewältigung spezialisiert. Heute arbeite ich in verschiedenen Firmen und führe dort Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich gestresst fühlen. Damit die Mitarbeiter durch Stress nicht krank werden, versuche ich Tipps zu geben, wie man Stress reduzieren oder vielleicht ganz ohne Stress leben kann. Herr Moosbach, wie ist das bei Ihnen im Betrieb? Auch bei uns ist Stress am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Aber es hat sich viel geändert. Inzwischen hat auch die Geschäftsleitung erkannt, dass zu viel Stress zu immer mehr Krankheitstagen führt und dass das ganze Unternehmen darunter leidet, wenn man nichts dagegen unternimmt. Ach wirklich? Meiner Erfahrung nach wird das Problem, dass Mitarbeiter über längere Zeit zu viel Stress bei der Arbeit haben, in Betrieben immer noch nicht wirklich ernst genommen. Das kann sein. Aber wir haben in unserem Unternehmen schon viel dafür getan. Wir konnten die Geschäftsführung davon überzeugen, dass es wichtig ist, dass regelmäßig mit den Mitarbeitern gesprochen wird. Auf unsere Initiative werden inzwischen von der Geschäftsführung Mitarbeitergespräche abgehalten, um festzustellen, in welchen Abteilungen die Belastung für die Mitarbeiter zu hoch ist. Und wir versuchen natürlich, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wie können Lösungsmöglichkeiten konkret aussehen? Die allgemeinen Ratschläge zum Stressabbau, wie sich als Ausgleich für Stress in der Freizeit bewegen, Sport machen, Entspannungsübungen und so weiter, sind ja heute bei allen schon bekannt, oder? Richtig. Aber Ratschläge bleiben folgenlos, wenn man nichts damit macht. Und um sie zu befolgen, muss man klare Angebote machen. Dort, wo der Stress entsteht, also im Unternehmen. Wir haben dafür gekämpft, dass es bei uns neben den Gesprächen, von denen ich gerade berichtet habe, verschiedene betriebliche Angebote gibt. Durch Zusammenarbeit mit der Krankenkasse haben wir jetzt Angebote für Bewegungsseminare, Entspannungs- und Fitnesskurse. Die Gewerkschaften fordern ja immer wieder ein Antistressgesetz. Wäre das eine Lösung? Die Experten sind sich in diesem Punkt überhaupt noch nicht einig. Die Frage ist natürlich, welche Regelungen dann letztendlich verpflichtend sind und welche nur eine Empfehlung. Und wer würde kontrollieren, ob die Regelungen überhaupt eingehalten werden? Ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn die bestehenden Vorschriften zum Arbeitsschutz konsequent eingehalten werden. Aber wenn regelmäßige Mitarbeitergespräche zum Beispiel Pflicht wären, wie wäre das? Naja, aus meiner Praxis kann ich nur sagen, dass ich es als Aufgabe der einzelnen Betriebsräte sehe, sowas durchzusetzen. Gesetzlich vorgeschriebene Regelungen können natürlich helfen, aber es ist in erster Linie Aufgabe der Unternehmen, sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Liebe Studiogäste, wir müssen leider zum Ende kommen. In einer weiteren Gesprächsrunde können wir ja diesen Punkt noch etwas vertiefen und Befürworter und Gegner eines Antistressgesetzes ins Studio einladen. Frau Krenz, Herr Moosbach, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Magazin Besserwissen. Heute begrüße ich im Studio Clara Schönebeck, Psychologin an der Universität Dresden und Autorin des Bestsellers Lernen, Erinnern, Vergessen auf den Spuren des Gedächtnisses. Hallo Frau Schönebeck, schön, dass Sie da sind. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Frau Schönebeck, wir alle verwenden völlig selbstverständlich den Begriff Gedächtnis. Können Sie kurz für uns zusammenfassen, was genau das Gedächtnis eigentlich ist? Nun, wichtig ist zunächst, das Gedächtnis ist kein bestimmter Teil des Gehirns, sondern eine Fähigkeit. Die Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern. Daran sind etliche Nervenzellen und unterschiedliche Regionen des Gehirns beteiligt. Zusätzlich kann man natürlich zwischen verschiedenen Gedächtnisarten unterscheiden. Sie meinen das Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis? Ja, genau. Viele denken bei dem Wort Gedächtnis vor allem an das Langzeitgedächtnis, also unsere Erinnerung. Aber auch das Kurzzeit- beziehungsweise Arbeitsgedächtnis haben wichtige Funktionen im Alltag. Das Kurzzeitgedächtnis ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir unseren Gesprächspartnern folgen können. Damit wir uns auch bei längeren Sätzen daran erinnern können, wie der Satzanfang war. Was unser Gesprächspartner also eigentlich sagen wollte. Aber der Speicher des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt, richtig? Genau. Deshalb können wir uns auch unmöglich einen kompletten Vortrag merken, wenn wir ihn nur hören. Wir müssen uns Notizen machen, um die Details zu behalten. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass das Arbeitsgedächtnis zwischen vier und sieben Einzelinformationen speichern kann. Das heißt, die meisten von uns können sich über eine kurze Zeit eine Telefonnummer merken. Kommt eine zweite Nummer hinzu, wird es schon zu viel. Und wie gelingt es dann, dass wir Informationen im Langzeitgedächtnis behalten? Ein wichtiger Punkt ist Wiederholung. Beim Wiederholen wird der Kontakt zwischen den Nervenzellen verstärkt. Und je stärker der Kontakt, desto schneller kann eine Information beim nächsten Mal abgerufen, also erinnert werden. Ein Beispiel. Früher konnten viele Menschen mehrere Telefonnummern auswendig. Einfach deshalb, weil sie diese Telefonnummern regelmäßig in ihr Telefon eingetippt haben. Heute haben die meisten diese Fähigkeit verloren, da Telefonnummern meist nicht mehr per Hand einzeln eingetippt, sondern über das Adressbuch im Smartphone ausgewählt werden. Das heißt, man merkt sich nur, was für einen selbst auch relevant und wichtig ist? Wie geht das Gedächtnis dann zum Beispiel mit Lerninhalten für Prüfungen um? Für Studierende ist es natürlich wichtig, eine Prüfung zu bestehen. Aber die Inhalte der Prüfung sind vielleicht nicht immer von großer persönlicher Bedeutung. Das ist richtig. Zum Glück gibt es aber weitere Faktoren, die das Lernen und Erinnern positiv beeinflussen. Zum Beispiel hilft es, wenn man die Lerninhalte über mehrere verschiedene Sinnesorgane aufnimmt. Wenn wir eine Information nicht nur lesen, sondern zusätzlich auch hören, können wir sie uns besser merken. Noch besser ist es, wenn man auch aktiv etwas mit dieser Information tut. Zum Beispiel, sie laut zu sagen oder aufzuschreiben. Das ist das, was ich versucht habe, mit dem Beispiel der Telefonnummer zu erklären. Wenn man die Telefonnummer aktiv tippt, merkt man sie sich besser, als wenn man sie nur auswählt. Haben Sie noch einen letzten Tipp für unser Publikum, wie wir unser Gedächtnis aktivieren und das Lernen fördern können? Ganz wichtig sind regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf. Denn das Gehirn wird müde und schaltet sich irgendwann ab, wenn es immer dasselbe lernen soll. Es ist nicht mehr offen für neue Informationen. Wenn wir schlafen, sind die äußeren Reize für das Gehirn ausgeschaltet. So hat das Gehirn die Möglichkeit, neue Informationen zu verarbeiten. Das passiert zum Teil auch in unseren Träumen und die Informationen einzusortieren. Lernen im Schlaf sozusagen. Vielen Dank, Frau Schönebeck, für das interessante Gespräch. Sehr gern. Ich danke Ihnen. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete der Nationalsozialismus in Deutschland. Das Land wurde in vier Besatzungszonen geteilt. 1961 ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer bauen. Die Mauer stand fast 30 Jahre. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wieder vereinigt. An diesem Datum feiert man den deutschen Nationalfeiertag. Mit dem Zweiten Weltkrieg begann der Nationalsozialismus in Deutschland. Stimmt. Mit dem Zweiten Weltkrieg endete der Nationalsozialismus in Deutschland. Das Land wurde in zwei Besatzungszonen geteilt. Stimmt. Das Land wurde in vier Besatzungszonen geteilt. 1989 ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer bauen. Stimmt. 1961 ließ die DDR-Regierung die Berliner Mauer bauen. Die Mauer stand fast 20 Jahre. Stimmt. Die Mauer stand fast 30 Jahre. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland geteilt. Stimmt. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wieder vereinigt. An diesem Datum feiert man den österreichischen Nationalfeiertag. Stimmt. An diesem Datum feiert man den deutschen Nationalfeiertag. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland ein wichtiges Jubiläum. 30 Jahre Mauerfall. Inzwischen ist es für viele Menschen, vor allem für die jüngere Generation, völlig normal, im Vereinigten Deutschland zu leben. Die Zeit der Mauer und des geteilten Deutschlands ist inzwischen Geschichte. Wir sprechen heute mit Menschen, die 1961 den Mauerbau selbst erlebt haben. Unser erster Gast ist Beate Langwitz aus Berlin. Frau Langwitz, Sie waren damals 24 Jahre alt und lebten in Ostberlin. Wie haben Sie den Mauerbau erlebt? Wir wohnten damals zu dritt, mein Mann und ich mit unserer kleinen Tochter, direkt an einem kleinen Kanal, der zwischen Ost- und West-Berlin verlief. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und eigentlich war alles in Ordnung. Aber wir hatten schon gehört, dass immer mehr Menschen in den Westen geflohen sind und uns gefragt, was passieren würde. Es war klar, dass die DDR-Regierung ja irgendwie reagieren muss. Aber wir hatten natürlich keine Ahnung, dass man eine Mauer durch die Stadt bauen würde. Vor allem hatte Walter Ulbricht, der damals der Staats- und Parteichef der DDR war, noch im Juni 1961 auf einer Pressekonferenz gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dieses Zitat ist sehr berühmt geworden, vor allem, weil zwei Monate später jeder wusste, dass er gelogen hatte. Können Sie sich noch an den Tag des Mauerbaus, den 13. August 1961, erinnern? Ja, sehr gut sogar. Ich bin morgens auf unseren Balkon gegangen. Von dort habe ich überall Soldaten und Polizisten gesehen. Die kamen plötzlich alle über Nacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie erschrocken ich damals war. Ich habe sofort das Radio angemacht und da habe ich dann die schreckliche Nachricht von der Schließung der Grenze gehört. Was haben Sie dann weiter beobachtet? Nur kurze Zeit später sah ich sehr viele Leute am Kanal. Auf beiden Seiten, also im Osten und im Westen. In Ost-Berlin sind einige ins Wasser gesprungen und auf die andere Seite geschwommen. Dort wurden sie empfangen. Auch die Feuerwehr hat ihnen geholfen. Am Vormittag habe ich auch meinen Vater auf der anderen Seite des Flusses gesehen. Er lebte ja in West-Berlin. Wir konnten uns nur über den Fluss hinweg unterhalten. Wir mussten laut schreien. Durch Rufen und Zeichensprache haben wir uns an einem Ort in der Nähe verabredet. Da haben wir uns ein paar Minuten später getroffen. Was ist dort passiert? Es gab ja noch keine echte Mauer, nur eine kleine Blockade. So konnten wir uns sehen und miteinander sprechen. Es waren sehr viele Menschen dort, die sich mit Freunden und ihrer Familie trafen. ein echtes Durcheinander. Ich hätte eigentlich in den Westen laufen können. Die Polizisten hätten es wahrscheinlich nicht gesehen. Warum haben sie das nicht gemacht? Nun, ich wusste damals doch gar nicht, was der Mauerbau bedeutet. Wie oft haben sie ihren Vater danach gesehen? Sehr, sehr selten. Es gab nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal die Möglichkeit für West-Berliner zu uns in den Osten zu reisen. Da konnte mein Vater uns besuchen. Leider gab es diese Möglichkeiten sehr selten und so konnten wir uns nur alle paar Jahre sehen. Und für uns Ost-Berliner war es ja unmöglich in den Westen zu reisen. Das war sehr traurig. Welche Konsequenzen hatte der Mauerbau noch für Sie? Dass unsere Familie getrennt wurde und wir auch viele Freunde nicht mehr sehen konnten, war natürlich das Schlimmste. Aber mein Mann hat auch seinen Arbeitsplatz verloren. Er musste sich eine neue Arbeit suchen, denn sein Arbeitsplatz war vorher in West-Berlin. Das war eine harte Zeit. Dazu kam, dass ein paar von unseren Fenstern zugemauert wurden, so dass wir nicht mehr hinausschauen konnten. Unseren Balkon durften wir auch nicht mehr benutzen. Warum nicht? Weil Ihre Wohnung im Grenzgebiet lag? Ja, diese Fenster und der Balkon lagen in Richtung der Mauer und der Grenze. Viele Fenster entlang der Mauer wurden zugemacht. Ich habe mich gar nicht mehr freigefühlt. Wir sind dann nach einigen Jahren auch umgezogen. Es war einfach zu schlimm, jeden Tag in der eigenen Wohnung daran erinnert zu werden, dass Deutschland endgültig geteilt war. Wir fühlten uns eingesperrt, wie in einem Gefängnis. Ich bin sehr glücklich, dass diese Zeit nun schon lange vorbei ist. Das glaube ich Ihnen gerne, Frau Langwitz. Vielen Dank für Ihre Geschichte. Jetzt möchten wir noch einen Gast zu Wort kommen lassen, der den Mauerbau von der anderen Seite aus West Berlin erlebt hat. Ich begrüße Herbert Lichtenberg. Herr Lichtenberg, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind und Ihre Geschichte mit uns haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, für die, die gerade dazugeschaltet haben, das Thema unserer Sendung ist Zeitreisen. Das hätte ich gern erlebt. Dazu passend hörten wir gerade den Titel Was kann ich dafür, dass ich aus den 80ern bin, der Band Emma 6. Wir möchten gern von Ihnen wissen, haben Sie auch das Gefühl, etwas verpasst zu haben? In welche Zeit würden Sie gern mal reisen und warum? Oder vermissen Sie gar nichts und leben einfach glücklich in diesem Moment? Unsere erste Anruferin ist Marion. Marion, würden Sie gern in einer anderen Zeit leben oder sind Sie zufrieden? Hallo, also, ich bin eigentlich ganz zufrieden im Hier und Jetzt. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, irgendwas zu verpassen und ständig in die Zukunft oder in die Vergangenheit blicken. Ich finde es aber wichtiger, in der Gegenwart zu leben, denn das ist die einzige Zeit, die wir wirklich aktiv verändern oder beeinflussen können. Das stimmt. Aber gibt es trotzdem keine Epoche, die Sie gern miterlebt hätten? Also, ich glaube, die 20er-Jahre in Berlin waren sehr spannend. Dann hätte ich jeden Abend meine Lieblingsmusik Swing hören können und dazu tanzen können. Außerdem hätte ich mich vielleicht mal mit Coco Chanel unterhalten können. Coco Chanel? Warum hätten Sie Sie gern getroffen? Ich denke, dass sie eine sehr interessante und intelligente Person war und sie hat mit ihren klugen und schönen Ideen nicht nur die Mode, sondern auch das Bild der Frauen in ihrer Zeit entscheidend beeinflusst. Ihre Mode war ja vor allem für moderne und selbstbewusste Frauen. Außerdem war sie eine der ersten erfolgreichen Unternehmerinnen. In ihrer Zeit war das keine Selbstverständlichkeit. Das stimmt. Allerdings hat Coco Chanel später ja auch als Agentin für die Nazis gearbeitet. Sie war also als Person auch umstritten. Ja, absolut. Aber aus historischem Interesse wäre es natürlich gerade interessant, sich mit so jemandem zu unterhalten. Danke, Marion. Jetzt haben wir noch Fares in der Leitung. Fares, sehen Sie das so wie Marion oder würden Sie gern in einer anderen Epoche leben? Hi, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es großartig, wenn ich durch die Zeit reisen könnte. Ich glaube, wenn wir uns öfter mit der Vergangenheit beschäftigen würden, könnten wir für die Gegenwart und die Zukunft mehr lernen. Außerdem liebe ich es, die Perspektive zu wechseln. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb für ein Schauspielstudium entschieden. Denn als Schauspieler kann ich verschiedene Rollen einnehmen und in andere Jahrzehnte oder Jahrhunderte reisen und auf diese Weise das Leben zu einem anderen Zeitpunkt kennenlernen. Sie meinen, durch Ihren Beruf erleben Sie mehr? Ja klar. Als Schauspieler habe ich die Möglichkeit, wichtige Ereignisse der Geschichte nachzuerleben. Mit der Realität hat das aber nicht viel zu tun. Verraten Sie uns noch, in welcher Zeit Sie gerne reisen würden? Also mir geht's da wie dem Sänger der Band. Ich finde die 80er-Jahre ziemlich spannend. Wenn ich in den 80ern gelebt hätte, hätte ich vielleicht in den Star-Trek-Serien mitspielen können. Die waren damals ja sehr in Mode. Und natürlich hätte ich gern den Mauerfall 1989 miterlebt. Ich werde auf jeden Fall nach Berlin gefahren, um alles mit eigenen Augen zu sehen. Danke, Faris. Wir haben noch Zeit für einen Anrufer. Wer ist jetzt in der Leitung? Guten Tag, hier ist Anna Dremakis. Hallo, Anna. Was möchten Sie zu unserem Thema sagen? Also, der Sänger des Liedes bedauert ja, etwas verpasst zu haben. Ich sehe das nicht so negativ. Ich glaube, etwas zu verpassen, das ist immer auch Teil des Lebens. Zeitreisen sind ja zumindest im Moment noch nicht möglich. Und wenn Sie vielleicht irgendwann doch durch die Zeit reisen könnten, in welche Zeit würden Sie gern reisen? Wenn ich wählen könnte, dann würde ich vielleicht ins 15. Jahrhundert reisen. Ich hätte gern mal Leonardo da Vinci getroffen. Er war vermutlich ganz anders als ich. Er hat immer etwas Neues angefangen, fast nie etwas zu Ende gebracht. Aber trotzdem war er sehr erfolgreich in vielen unterschiedlichen Bereichen. Kunst, Wissenschaft, Technik und so weiter. Dann hätte ich vielleicht auch bei den ersten Flugversuchen dabei sein können, die es im 15. Jahrhundert gab. Heute ist es ja normal, dass man fliegt. Aber damals war es noch eine große Vision. Es ist doch spannend zu sehen, wie sich die Welt verändert und wie Träume wahr werden. Das ist ein sehr optimistisches Schlusswort. Danke Anna. Und wir hören jetzt weiter, passend zum Thema, das Lied The Time Comes Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Vortrag Prüfungsängste überwinden. Mein Name ist Georg Lohmann von der Universität Köln. Zuerst einmal, was sind Prüfungen? Es sind Ausnahmesituationen. Die meisten von uns sind vor und auch während einer Prüfung nervös. Das kann durchaus sinnvoll sein. Durch diese Anspannung wird man oft konzentrierter und aufmerksamer. In dem Augenblick, in dem die Nervosität allerdings zur Angst wird, kann sie zu Blockaden führen. Was kann man dagegen tun? Wie kann man das vermeiden? Um sich zielgerichtet auf eine Prüfung vorzubereiten, sollten Sie erst einmal schauen, was in der Prüfung von Ihnen verlangt wird. Arbeiten Sie Prüfungsmodelle durch. Machen Sie sich Notizen. Was wird verlangt und vor allen Dingen was wird nicht von Ihnen verlangt? Was können Sie gut? Womit haben Sie Schwierigkeiten? Und mit welcher Methode lernen Sie am besten? Auswendig lernen kann in bestimmten Situationen helfen, sich abfragbares Wissen anzueignen. Diese Methode kann Stress minimieren. Sie ersetzt aber nicht das Erkennen von Zusammenhängen. Sinnvoll ist es, einen Arbeitsplan zu erstellen. Üben Sie die Prüfungsteile, mit denen Sie große Probleme haben, mehrmals. Zu einem Arbeitsplan gehört auch ein Zeitplan. Wie Sie Ihre Arbeitsphasen auch einteilen, machen Sie immer wieder Pausen. Nach 90 Minuten eine kleine Pause und nach längeren Lernphasen eine längere Pause. Natürlich ist die Konzentration bei jedem anders. Allgemein kann man aber sagen, dass es zu nichts führt, den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr zu lernen. Irgendwann kann der Kopf nichts mehr aufnehmen. Vergessen Sie nicht, während der Arbeitsphasen Ruhe- und Entspannungsphasen einzuplanen. In den längeren Pausen sollten Sie etwas ganz anderes machen. Freunde treffen, Sport, Fernsehen, etwas, was Ihnen Spaß macht. Sind Sie morgens aktiv, wird der Zeitplan anders aussehen, als wenn Sie lieber nachmittags und abends arbeiten. Sie selbst wissen am besten, zu welcher Tageszeit Sie gut lernen und sich konzentrieren können. Die äußeren Gegebenheiten müssen stimmen. Wenn Sie das Gefühl haben, zu Hause zu sehr abgelenkt zu werden, suchen Sie sich einen anderen Ort, zum Beispiel die Bibliothek. Oft ist es nicht einfach, Ablenkungen als solche zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Um konzentriert zu arbeiten, brauchen Sie auf jeden Fall Ruhe, das heißt auch, alle Einflüsse von außen zu minimieren. Und das bedeutet auch, das Smartphone auszuschalten und nicht erreichbar zu sein. Wenn Sie trotz guter Vorbereitung immer noch ein schlechtes Gefühl haben, können Atem- und Entspannungsübungen helfen. Leichte Übungen, durch die Sie eine innere Ruhe finden. Aber auch die Einstellung ist wichtig. Was soll denn schon passieren? Gibt es wirklich einen Grund, Angst zu haben? Wichtig ist, die Nacht vor der Prüfung gut zu schlafen und danach ausgeruht zu sein. Also am Abend vor der Prüfung nichts mehr lernen, sondern etwas ganz anderes machen. Etwas Schönes, etwas, was Spaß macht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.